So, hallo und alle, zur nächsten Folge von Skyfactory 2, zusammen mit dem Kev, aloha. Aloha! Wir gehen auf 200 Folgen zu und die Probleme häufen sich. Ohne Witz, Leute. Ähm, irgendwie hast du keine Rüstung an. Ja, ich hab extra keine Rüstung an, denn mir ist aufgefallen, meine Rüstung, die macht mir den Hungereffekt weg, wenn ich Zombiefleisch esse. Und ich mach so gerne Zombiefleisch. Achso, ja, genau. Stimmt, er will ja Mass of Evil werden. Weil ich das so lecker finde. Kleine Probleme zwischendrin, die wir da ganz gut erzählen. Ich kann nochmal ganz kurz hier vorne die Dinger zeigen, die ganzen Säulen an Fluid-Zeug, die wir gesammelt haben. Und über die Woche ist übrigens auf unserer ganzen Fläche keine Fluid-Core gespawnt. Eine Sache noch, zum letzten Mal. Ich war richtig lange auf dem Server, auch online zwischendurch. Also ob ein Spieler da sein muss, ist nicht da. Und alter Leute, apropos online sein auf dem Server. Jo, erzähl mal, hau raus. Alter, also ganz ehrlich, das Projekt stand für kurze Zeit so krass auf der Kippe, ich dachte, es ist vorbei. Und zwar mit einem Schlag auf den anderen. Es war nämlich so, ey, noch nicht, hey! Das denn, lass mich reingucken. Das steht drauf, ist doch für mich. Noch nicht, erst wenn fertig ist. Das ist mein Meisterwerk. Ja gut. Da steht nichts, Parkgucken. Nein. Auf jeden Fall, dachte ich, echt, das Projekt ist vorbei, weil wir hatten an dem 3 Milliarden Cobblestone-Generator gebaut. Wir können dir nochmal zeigen, wo der war. Denn ihr müsstet jetzt hier, wenn man ganz aufmerksam ist, wird man merken, hier fehlt etwas. Und zwar genau hier. Ich habe auch unseren TNT-Generator, der unten ist, weggemacht. Also genau, wo war das hier zwischen? Oder irgendwie so, ne? Irgendwo hier zwischen war das. Und es war so, dass durch so viele, also zumindest, man weiß es nicht genau. Ich habe mit verschiedenen Developern, die selber Plugins schreiben, gesprochen mit Server-Technikern. Es war ein Fehler, der eigentlich kein Fehler ist. Es muss ein Fehler gewesen sein von Extra-Utilities, das wissen wir. Ergo haben wir die Mod-Version geupdatet. Dann haben wir die geupdatet. Und dann war die Mod-Version so hoch, dass die mit nichts anderem mehr kompatibel ist. Dann haben wir die wieder downgegradet. Glücklicherweise hatte der selber für die Version, die wir hatten, auch ein paar Hotfixes. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas ist. Ja, komm schon, das fix das Problem bestimmt. Dude, nein. Sobald man sich nämlich eingeloggt hat in die Welt, einfach nur eingeloggt hat. Und hier gießt die Kollegen vor der Cam, obwohl keiner sieht, was ich mache. Auf jeden Fall, sobald man sich eingeloggt hat, war alles... Also ist einfach der Klient abgestürzt. Der Server lief weiter, hat eine Fehlermeldung gegeben. Aber der Klient ist einfach abgestürzt. Und zwar aus dem Grund, weil man weiß es nicht. Wir hatten Transfer-Nodes, die zwischen Höhe 1 und 50 waren. Wir hatten vielleicht zu viele Transfer-Nodes. Wir hatten... Es war auf jeden Fall irgendwas mit Nodes. Entweder Transfer-Pipes, Transfer-Nodes oder Item-Nodes. Und auf jeden Fall ist es dann immer so gewesen, dass abgestürzt ist. Und ich hatte zwei Optionen. Entweder ich finde eine Lösung. Oder ich muss ein Backup laden. Und das Backup war eine Woche alt. Das heißt, die letzten sieben Folgen wären gelöscht gewesen. Das wäre nicht gut. Irgendwann bin ich dann auf den glorreichen Tipp gekommen und dachte mir erstmal, okay, es gibt ja das Programm MC Edit. Und das lädt zwar auch Server-IDs, also IDs, die es nicht kennt. Aber, also er lädt die, kann die zwar nicht textualisieren, weil er die halt nicht kennt. Aber er zeigt dann wenigstens so einen Kasten an, vorwiegend, dass da was ist. Ich nutze das auf und zu mal, wenn ich irgendwas schrotte. Und dann habe ich nämlich, ich habe nämlich gesehen, es war nämlich so, ich habe einfach angefangen zu löschen. Und zwar rückwirkend. Was haben wir zuletzt gebaut? Und von hinten nach vorne. Es hätte auch sein können, dass ich richtig viel hätte löschen müssen. Aber es war dann so, dass als ich diesen ganzen Turm von Transfer-Nodes weggelöscht hatte, ich dann auf einmal wieder joinen konnte. Zwischenzeitlich habe ich meinen Spieler mehrfach resettet. Das heißt, ich habe mein gesamtes Equip-Inventar etc. verloren. Das heißt, ich habe mich einfach an der letzten Aufnahme orientiert und mir alles zurückercheatet, so halbwegs. Und sicherheitshalber nochmal einen Klon gemacht und das funktioniert jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das liegt mit einem Update oder irgendeinem Bug. Auf jeden Fall ist mein Klon fertig und man kann sich nicht mehr klonen. Oh, ja, okay. Also man kann den Klon zwar aussuchen, aber sobald du den aussuchst, ist der wieder kaputt. Und ich weiß nicht, wann... Warte kurz, wieder kaputt? Du meinst, der hat keine Items mehr, oder? Nein, nein, du willst den auswählen, wirst aber nicht rausgezogen aus dem Dingster, so wie diese Animation ist, sondern dann steht oben in diesem Kreis, wo du diesen Auswahlmöglichkeiten hast, dann steht da 76% und von dort an geht es nicht mehr weiter. Ja, das ist ein Bug. Das ist ein Bug und naja, ich habe einfach dann die Kisten sichergestellt, sicherheitshalber dupliziert, damit nochmal das Inventar sicherheitshalber ist, aber das war echt, Leute, ich habe mich, glaube ich, drei, vier Tage von morgens bis abends damit beschäftigt und klar, die Lösung war so einfach, aber gut. Ja, also ich boile gerade mal unsere Lava-Energie-Produktionsstätte weg, weil da sind ja auch jede Menge Transfer-Notes und eventuell erleichtert das ein bisschen. Also man weiß halt ehrlich gesagt, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob das an Transfer-Notes gelegen hat, ob das an irgendwas anderem gelegen hat. Also es war auf jeden Fall extra Utilities, aber ich kann dir echt nicht sagen, dass es daran lag, dass zu viele da waren. Ich weiß, das Spiel ist abgestört, als ich die letzte Transfer-Note an unserem Super-Kabel-Generator gebaut hatte und das war auf Höhe 1. Extra so ausgemessen, dass man halt bis auf Höhe 1 geht. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich auch an der Stelle gewesen sein, dass da was halt gehangen hat. Das war es aber nicht. Ich habe halt die Stelle 1 gelöscht, aber trotzdem konnte man sich nicht einloggen. Komisch. Irgendwie hat sich vielleicht der Fehler fortgetragen. Ich kann es dir echt nicht sagen. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Art und Weise, Cobblestone zu machen. Ich meine, rein theoretisch haben wir die Quest erfüllt. Wir müssen ja jetzt nur... Wir können einfach ein anderes Item nehmen. Wir können ja keinen Cobblestone nehmen. Wofür können wir da noch ganz, ganz, ganz wiederherstellen? Das ist nämlich die Frage. Alter, er hat gerade so viele... Oh! Oh, sag mir, dass es kühlgespawnt sind. You have gained permanent Warp. Okay. Alter, bin ich evil. Ich gehe ganz jetzt richtig evil Punkte. Aber... Halt. Äh... Ne, es reicht noch nicht aus. Es konnte mir eigentlich, sagt keiner, der Zuschauer, sagen, wie ich genau in dieses verbotene Menü komme. Aber wir werden sehen. Also, ich werde auf jeden Fall alles erlernen und bin schon verdammt weit. Und der Spark, du wirst nämlich, bevor du all das nämlich machen können wirst, musst du dich, wie ich das gemacht habe, eine Nacht einfach mal in diesen Autoklicker-Modus begeben. Okay. Weil du musst so viel zwischendurch kaufen und du musst da, wenn du das machen willst. Und, ähm... Ja gut, ich muss ja, ich muss ja selbst nicht evil werden. Oder es reicht ja, wenn einer von uns das macht, damit wir in die... Also, ich weiß, ich habe mir das schon mal angeguckt. Also, wenn ich evil bin, weiß ich, was ich erforschen muss, um zu diesem Portal zu kommen. Das Ding ist, zwei Sachen weiß ich halt nicht. Es gibt halt ein Buch. Und zwar, ähm... Es gibt halt ein Buch und das wird gedroppt von... Das ist das Buch Crimson Kult. Und das kann eigentlich... Das kann man nicht herstellen. Und das kann nur gedroppt werden von diesen Thaumaturgen. Das heißt, das sind da, wo diese Obelisken sich bilden. Und da, wo diese... Aber die haben wir ja nicht. Genau. Erstens, die haben wir nicht. Im Deep Dark waren die, glaube ich, auch nicht, oder? Mhm. Aber ich habe mal was gehört. Ich habe mal gehört, man kann irgendwie mit irgendwas neue Dimensionen erzeugen, wo auch Viecher drin spawnen und so Zeug. Ich weiß nicht, ob das damit gemeint ist. Aha. Dann haben wir eine neue... Irgendwas, F-Tools oder F-irgendwie. Ja, kann man. Wir können neue Dimensionen erzeugen mit der F-Tools. Ja, geht das? Stimmt, dann ist das unsere nächste Aufgabe. Ja. Kehrst du dich damit aus? Ich habe es schon gesehen. Und da wir unendlich Items haben, ist das auf jeden Fall eine Sache, die wir machen können. Okay, ich fliege schon ein bisschen die ganze Zeit durch die Gegend. Also ich habe erstmal das Lava-Zugend abgebaut und ich wollte eigentlich auch noch was sagen. Und zwar wegen dem Fluid-Chaos vom letzten Mal. Also ich habe dich jetzt erstmal wieder Dampfwalze loslaufen lassen. Das war auch ein wichtiges Thema gerade, ne? Es lag auf dem Herzen. Aber ich wollte auch noch was zu dem Fluid-Chaos sagen, weil es haben ja Leute geritzelt, wie wir die spawnen können, dies und das. Und einige Dinge gingen halt nicht. Und sagen Leute, ja, wir sind hier im Ozean-Biom, das geht nicht. Aber die Fluid-Chaos sind die ganze Zeit hier auch in dem Ozean-Biom gespawnt. Wir sehen können es hier im Ozean. Hier hinten ist alles Ozean. Das ist Ozean. Hier ist Ozean. Das ist alles Ozean. Und hier sind vorher doch auch die Kühe gespawnt. Ja, stimmt. Warum soll die jetzt auch immer nicht spawnen? Hier drüben die große Fläche ist auch Ozean. Das ist klar. Aber das ist nicht der Grund, weshalb ihr nicht spawnt. Wieso ist hier ein Entity-Hopper-Minecart? Das ist aus dem Spawner herausgeploppt, witzigerweise. Oh Gott, das wäre hier gespawnt, Alter. Es haben viele auch gesagt, dass wir zu viele Entities auf der Welt haben, dass es da ein Cap gibt und wir erstmal alles einfangen müssen, bevor neue spawnen können. Ich glaube, das ist pro Chunk, wie viele da drauf sind. Es gibt auch pro Server-Caps. Deswegen ist es auch, also zumindest bei Spawn-Raten von bösen Mobs. Das heißt... Ja gut, ja gut. Friedlich ist jetzt wieder... Aber das ist auch Spawn-Rate an sich. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, by the way, wir müssen die Mob-Falle umbauen. Und zwar wir brauchen, oder zumindest wenn wir Thorncraft richtig machen wollen, dann bräuchten wir ganz, ganz viel Spinnseide. Und das Zweite ist, wir müssen irgendwie das hinkriegen, dass wir bei unserer Mob-Falle oder unserem Autospawner, je nachdem wie wir wollen, dass wir dort und es gab ja mal eine Möglichkeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese Fragmente zu kriegen, Knowledge-Fragments oder so. Ja, die gab es immer an Kisten. Ich glaube, die galten irgendwann mal in TomCraft 3 als Rad-Drop von Mobs. Davon brauchst du neun Stück, um ein Fragment zu kriegen, was du so nicht erlernen kannst. Ich habe in der Wiki nachgeschaut und da steht nicht, dass man es von Mob kriegt. Die Farben sind übrigens alle ausgeschaltet noch. Genau, die habe ich ausgemacht, weil wir haben so viele Trillionen Mob-Essence-Buckets, das brauchen wir nicht mehr. Scenocraft war alles voll wahr. Achso, ja. Ja gut, wollen wir uns vielleicht versuchen, so ein bisschen F-Tools da reinzubürgen oder Alternative wegen Covid zu überlegen? Ich denke, du kannst auf jeden Fall bei F-Tools alle Sachen craften, die mit Magie zu tun haben. Und ich mache Thorncraft weiter, denn in der nächsten Folge wird es eine Offenbarung geben. Das Problem ist nur, ich habe noch nie F-Tools angepackt, den Mod. Ich an sich auch nicht, ich habe es nur bei TheNoddop gesehen, wie er das gemacht hat. Dimension Editor, Creative Dimension Builder. Also wenn ich wüsste, was ich craften soll, dann könnte ich das ja gerne craften, aber... Also ich habe alles, was mit Dimensionen zu tun hat, hätte ich jetzt direkt so erstmal gecraftet. Ja, dann nehme ich mal los. Genau, und ich erlerne hier... Ganz, ganz viele haben mir unterstellt, dass ich mir die Research... Researche, blablabla, an sich ercheate. Der steht hier die ganze Zeit, das macht der Kiff nicht. Alter, ich stehe hier seit Wochen, Leute, wirklich. Ich ercheate mir das nicht, das müsst ihr mir glauben. Also er macht halt viel Offscreen-Zeug dann. Ja, also ich erlerne halt nur die Researches und lerne die halt alle Offscreen, wie Spark das schon sagt. Aber ich mache die. Zunächst mal bruche ich mal diesen Spawner von der F-Tools. Mal gucken, ob das vielleicht funktioniert für... Stimmt, versuch das mal. So. Der ist einfach nur Spawner, das Ding. Gut, habe ich. Okay. Und was muss ich jetzt machen? Hast du das so schnell gemacht? Ja. Shift-Klick, Rezept rein, fertig. Ey, unser System ist so super, also muss ich nochmal loben. Ich muss halt auch diesen Machine-Frame machen. Ach nee, warte, ich wollte jetzt nicht hier... Wo setze ich hier hin? Nein, das kann ich nicht tun. Ich kann den nicht da anschließen, wo du mir die Stromleitung gelegt hast für mein Loot-Tree-Zeug, weil ich gesagt habe, das brauche ich nicht. Kann ich das jetzt nicht. Doch, 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 das darfst du. Ich bin bestimmt nicht derjenige, der dir das dann reinwirkt. Ich spawn jetzt mal in der Luft was. So. Spawner, und da muss ich jetzt auch wieder Zeug nehmen. Genau, Safari-Net, haben wir das irgendwo das Wiederbenutzbare? Safari-Net, danke. Alter, ich bin mittlerweile fast bei jedem Tab komplett durch. Ich frage mich, wie böse man sein soll, dass da etwas draus wird, weißt du? Man muss ja richtig böse sein. Ihr habt es gehört, Kev ist böse. Ich meine, ich wusste schon immer, aber jetzt hat er es zugegeben. Aber nur hier in TomCraft, weil ich es sein muss. Ich will es nicht sein. Doch, es ist irgendwo cool. Das stelle ich mir gerade so vor, wie so ein Schauspieler, der immer einen Bösewicht irgendwo spielen muss. Der wird dann echt voll gehasst, weil die Leute es halt nicht so direkt auf dem Schirm haben, das ist eigentlich nur ein Schauspieler. Nee, ich kann mir das schon vorstellen. Wenn du irgendwo Kinder hast oder so, die sehen halt eine Bösewicht aus im Film, die fangen dann zu weinen. Ohne Fits, Alter, zeigen die etwas, ich das vereinspasste. Nur weil das ja ein Schauspieler halt davon ist. Also das ist, denke ich, wahrscheinlich schon. So eine Person, auch wenn ich weiß, die kommt mir halt unsympathisch vor. Auch wenn ich den halt, auch wenn es dann nur ein Schauspieler ist und ein Film hast du gespielt, dann wäre er irgendwie unsympathisch. Ja, irgendwie schon, ne? Das ist ein verrücktes Phänomen. Eine Sludge-Kuh. Sludge braucht keiner. Ist ja egal. In der Hoffnung, die das Ding spawnt. Sieht voll hypnotisierend aus wie so ein Laserlicht. Achtung. Kann ich das reinlegen? Oh, ich kann das reinlegen. Hast du Spawn-Eye genommen oder Safari-Net? Ich habe Safari-Net Reusable mit der Fluid-Cout drin, aber das geht anscheinend nicht. Wahrscheinlich muss man ja andere Dinger reinlegen von dem... Ender-I-O-Kabel, ich habe schon was anfangen, ne? Ja. Ender-I-O-Kabel wird es ja geben müssen. Hätte ich jetzt gedacht. Nee, 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 das Ding hat Strom. Das Ding hat einen Slot, wo man Sachen reinlegen kann, aber einen Spawn-Eye kann man nicht reinlegen. Ich meine, aber das ist doch Ender-I-O, das Teil, ne? Nein, das ist der F-Tools. Ja, F-Tools. Dann gibt es bestimmt ein Spawn-Ding von der F-Tools. Irgendein, womit du das halten kannst. Hier gibt es ziemlich viele Dimmlets, wo dann wahrscheinlich... Aber jetzt ist auch die Frage, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt wiederum ein Tier an so ein Dimmlet reinkriege, ne? Was wird denn, wenn ich keins für eine Fluid-Cout geben? Kannst du nicht einen Dimmlet nehmen und eine Fluid-Cout da reintun? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Mod noch nicht angepackt. Ich sehe ihn gerade zum ersten Mal. Dito, also ich müsste auch nur probieren. Ich weiß ja nicht, wenn du noch was hast, was du machen müsstest, könnten wir uns natürlich auch zwischen den Folgen halt irgendwie schlau machen. Das ist jetzt... Äh, ich habe ansonsten auch nicht großartig viel zu tun. Bisschen Showoff von unseren coolen neuen, ähm... Du kannst unseren neuen Dings da Kabel-Generator bauen oder dir ein Item überlegen, welches wir dazu nutzen können. Damit jetzt noch was Großes anzufangen loszieht, weil die Folge ist schon vorbei. Was? Ja, wir sind bei 16 Minuten. Never. Doch, du hast ungefähr 8,5 Minuten erzählt am Anfang. Das glaube ich nicht. So viel? Ja. Ey, da ist voll das coole Klemmbrett hier. Ey, nicht verraten! Äh, ich stehe da vorne und gucke gerade die ganze Zeit. Ich wollte wissen, was das ist. Du hast nichts gesehen! Ja, ich habe nichts gesehen. Okay. Wisst ihr was? Die Folge, die wir irgendwie für den Arsch, ich gebe es zu. Ich bin irgendwie trotzdem fürs Zuschauen und vielleicht kriegen wir in der nächsten Folge was gebacken. Ihr seht, Leute, wir nähern uns dem Finale. Ich durfte nicht an die Rezepte ran, ich darf nicht ans Klemmbrett ran, die Viecher spawnen nicht. Und der Spawner verarscht mich. Und Kev ist böse. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ich bin nicht böse.